wir hatten mal einen Text, ich weiß nicht mal wo ich den her habe ich glaube nicht an Göttern aus einem einfachen Grund jemand mit so einer großen Macht, mit einem Wissen um all diese schlechte auf der Welt der dennoch nichts dagegen tut habe ich einfach das ist ein schöner Satz ist jetzt nicht dementsprechend was ich jetzt darüber denke sondern jeder soll halt wirklich denken worüber es ist mir egal wenn jemand schwul ist und ist halt schwul und du hast es nicht gesehen es ist ärgert provoziert und sonst irgendwas wo sich nicht gleich beleicht wird wenn man sowas sagt ähm ich bin eher so ein Freund vom K ähm das habe ich schon öfters mal so gesehen blablabla ich habe das selber auch erlebt und sowas ich bin so ein Typ der hilft auch hilft auch mit hilft an der Oma äh oder mitten auf dem Bürgersteig hilft an der Oma sich die äh Schuhe zuzubinden äh knappe zuzubinden habe ich auch schon gemacht habe ich bin ich rigoros da kenne ich gar nicht bin ich schmerzfrei bei sowas und ähm im Gegenzug sozusagen habe ich schon viele umverleidung aber ich bin knapp immer an sowas entronnen ähm jetzt angefangen hat auch ich will es halt nicht überstrapazieren aber ich glaube wirklich das Karma also auch was ähm das weiß ich noch ganz genau das war von Eddie und ähm Dennis von Game One als sie Dark Souls äh gespielt haben also knallert durchgenommen Dark Souls habe ich mir alle angefangen zu zwei alle folgen und ähm da haben sie auch gesagt es ist doch rein logischer dass wenn ich einem es lag bei dir auch okay ja ich werde es demnächst reduzieren auf zwei vier auf eins vier runter ich weiß es noch nicht ähm die jetzt fahrern die Welt Karma genau äh Game One äh äh und Dennis ähm ja wie gesagt die Quali wird ähm beim nächsten Stream halt dann reduziert das heißt kurz bevor ich den Stream äh beende äh also wenn ich den Stream beende werde ich den Stream nochmal neu starten ähm äh und halt dann auf ähm Schlag mich tot reduzieren ich weiß es noch nicht so genau auf was ich reduzieren werde entweder auf die 2.4 weil es ist halt dann auch wieder nur 100kbps weiß nicht ob das so viel ausmacht oder halt auf die 1400 halt ich glaube mit den 1400 fährt man ganz gut die Quali sieht noch super aus und ähm es leckt halt dann wahrscheinlich nicht mehr so krass ich werde es auf 1400 glaube ich reduzieren jedenfalls ähm lieber da haben die halt dann gesagt pass auf logisch weil die beiden glauben auch ans Karma dann haben sie gesagt pass auf logisch dass wenn ich etwas Gutes tue diese Person dann er in den äh in den Sinn bekommt mir auch etwas Gutes zu tun als ich etwas Gutes tun würde 3.000 Energy dann ist eine Geschwindigkeit over 9000 das ist übrigens ein Übersetzungsfehler in Japan sagen sie nämlich over over 6.000 nicht over 9.000 ähm und somit ist es halt auch auf deutschland übersetzt worden mit übernachend dabei hätte es eigentlich äh 6.000 heißen müssen aber 9.000 hat sich irgendwie episch an so das hier kurz ist der Berg wir können demnächst hier weiter anbauen yay aber wie gesagt ich werde es auf 1400 reduzieren beim nächsten Stream wenn ich das hier beende und dann sollte es eigentlich wirklich relativ krass flüssig laufen dann mal ich will die Nacht durchmachen das hat die einen der energy ah nacht durchmachen das auch die ganze Zeit stream oder was natürlich mehr cool Aktion auch mal so ausprobieren wie lange es geht und sowas ich einmal Energy als ich bei der Tankstelle eine Nacht Tankstelle gearbeitet habe ähm da habe ich mir auch mal ein Energy geschnappt ich konnte je mehr ich dem Boden kam dem Boden näher kam ähm das so eckehafter wurde es irgendwie ich gucke bei dir vorbei aber wie gesagt ich kann ja nicht lang also ich werde es bis halb halt streamen wahrscheinlich dann die Quali auszielen dann morgen halt weiter gucken wie es dann läuft und dann bin ich um halb wieder um 8 spätestens um 8 wieder im Bett also so lange kann ich halt auch nicht 8 bis 15 Uhr gestreamt ach du scheiße viel Spaß dabei ein lieber Scholli das ist dann 15 Uhr schauen wir mal ob wir das wir gucken mal ob das nicht den richtigen Energy ich hab hier ähm Resentless oder Reflandless oder wie sich das nennt gesoffen wenn du jetzt kommst du musst immer Monster Energy saufen also du musst aber Rockstar saufen Energy ist ein fucking Energy und wenn ich das Billigzeug süffel sollte den gleichen Effekt haben aber Energy ist nicht so mein Style alter ey ich weiß nicht wie mein ich will meinen Körper auch nicht so äh zwingen irgendwie wenn er müde wird dann wird er müde dann gehe ich ins Bett und wenn er halt aufgehörer Energie hat das stimmt nicht die richtigen es war ja schon gelesen es ist so ein Verbrauch hier kann es ist so ein Verbrauch hier kann es ist schon wieder 15.000 mal hier koppelstauern Mensch das mal an ich sag mal was ist hier ein Cubistones hier eins zwei drei dreieinhalb Kisten voll und ganz anders ein leckeren Energy mitbringen Prozent und den auch gerne dann trinken naja kann es ja mal machen mal gucken ob er mir schmeckt oder sowas können wir mal gucken das ist natürlich von ja gut von 8 ja gut hab ich gesagt von 8 Uhr bis 15 Uhr gestreamt ist was anders als wenn man von 8 Uhr bis 15 Uhr nachmittags streamt das sind ja auch wieder zwei verschiedene Welten auch mal ganz ehrlich ich würde aber auch lieber krank machen und dafür ordentlich streamen alter wäre ich auch viel lieber für aber da ich ja sowieso noch äh in in dann mal in dann mal soll ich dann in dann mal probieren ja ich weiß schon vor 8 Uhr morgens halt aber jetzt ist ja 8 Uhr abends wann du anfängst zu streamen und ähm Streams halt und nachmittags halt ne ich hab vergessen ich hab vergessen den Hund zu betrauern den Berg bauen wir ab und dann gehen wir mal wieder ein bisschen dann äh werden wir uns um den Weg da unten alles kümmern der Dingens da drinnen ach es ist noch so fucking viel allein ist es voll Kackenmüll Kackenmüll da äh Digga beim Karma blablabla jetzt haben wir eigentlich abgefrühstückt ich bin Karma freund weil wenn ich ein was böses tue dann wird er mir auch was böses tun das 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 ist damit nicht lieber warten alter wenn es wirklich nötig dann saufen mir war es grad ein bisschen schwierig also bei mir läuft es teilweise gut dann ist man wieder kurzzeitig dann ist mal so so bei Leckertag kommen dann stimmt sich richtig gut wieder ich weiß nicht wie es bei euch ist nein ich hab vergessen das abzubauen habt ihr auch so manchmal nur diese Attacken oder ist es dann bei euch echt so regelmäßiger Abstand mit dem also wieder das ich weiß ach komm ach schlecken ich werde es auf 1400 reduzieren dann ist das gut werde ich halt beim nächsten also beim morgigen Stream werde ich das machen dann wird erstmal ähm äh 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 über angerufen Apropos warte mal gerade ich hab hier 5000 Nachrichten mein ähm Technik Kollege wollte noch was nachgucken event äh äh ich hab jetztigon Moment das mein kolleger hat nicht vergessen anscheinend wieder sollte noch im russ herr gucken 100% sicher dass ich länger wach bleiben kann als du was man was im Land das reicht mir bis mit mir eine Stunde Exus du musst einfach mal so lange stream bis zu keine einzigen Zuschauer ist ich bin mir nämlich hundertprozentig sicher dass ich länger wachblanker als O Challenge Eider hier Challenge accepted oder diese deinen kleinen Schwimmer ein hier war ich spannend jetzt so war kann da ja auch schon einfach den Computer noch pennen nicht er schwierig draußen haben Hat mich diesmal richtig erwischt, Alter. Okay, aber wer du... ...wann wissen, wo du wohnst. Du musst auch die ganze Zeit an auch mal was da waren und sowas nur, damit du weißt, dass du auch da bist. Und dann nicht nur so kurz mal einnicken und dann wieder wach werden und dann mal was sagen und sowas, weil das ist schummeln, halt, das ist richtig krass schummeln. Ganz normal nicht, pack dich. Pack in an seiner ist jetzt auch egal. Guck mal. Kuhle, 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 Kuhle. Das ist zu einem Dienstag. Willkommen in Hartz-IV-Welt. Entschuldigung. Das muss jetzt sein. Exist, so muss man dann nochmal erklären, wie ich das dann alles auch auf YouTube hochlade, also dass ich das in 15 Minuten Folgen hochladen kann. Das wäre sehr, ähm, formidabel. Hätte ich das wenigstens auch schon mal erledigt. Und ich will noch, ähm, hier diese, diese Chatbots noch einbauen. So, ich weiß, wie wir mit dem WhatsApp gehen. Wie viel macht die Hand in WhatsApp? Okay. 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 Exist und weiß, wie ich dazu stehe, meinen richtigen Namen in so einer Öffentlichkeit preiszugeben. Daher bitte unterlasse der Skyline, wie gesagt, das reicht, aber bitte nicht meinen richtigen Namen in der YouTube-Witch-S-Game. Das wäre sehr liebreizend. So, wir bauen weiter diesen Stein ab. Ja, kann ja mal passieren. Exist, mein Freund. Ähm, aber nein. Ja gut, wir sind vier. Ja, aber trotzdem, dennoch möchte ich das nicht. Ähm, wie gesagt, deswegen, ähm, ich sage ja auch zum Beispiel zu seiner Freundin auch nur Kalimod bei dieser Angelegenheit hier, ähm, weil ich das auch dementsprechend, äh, respektiere. Und da, 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 da. Ähm, und nein, ich kann nicht bei dir in den Stream reingucken, weil ich wache morgens frühs um vier Uhr auf, muss alles fertig machen, mein Fressen trinken, muss mich fertig machen, muss meine Katzen fertig machen, ich stehe dann vor dir und bin die dann beleidigen. Und, ähm, oh, ich wurde zu einer Party eingeladen und, ähm, ich werde um Viertel vor fünf Uhr auf dem Weg sein und dann halt, ähm, ja, wieder zur Arbeit düsen. Bis 15 Uhr. Verlängerte Schichten sind scheiße. Vor allem, weil die uns nix bringen. Vor allem ich ja sowieso nächste Woche auf dort. Das schwachste nicht. Und nein, ich, äh, werde jetzt nicht mehr der Party beitreten. Wie gesagt, ich höre gleich mit Xbox Live auf. Sorry, Axios. Achso, und...